Noch mal fahren, komm! Das rennt keine Schwierigkeit. Ja, mit den kurzen Beinen. Das rennt keine Schwierigkeit, das müssen wir dir verlieren. Oh, Crash! Haben wir wieder Ruhe? Haben wir Ruhe, können wir ins Doktor gehen. Oh, es wird kapiert. Er stellt dich ins Internet, wirst du sehen. Den wird dich noch ins Internet stellen. Das rennt keine Schwierigkeit. Und stopp! Danke!